Wissenschaftler haben sich auch ausgeruht, das ist sehr gut. Und dann kann ich mich auch weiter... Achso, warte mal, die sind ausgeruht und jetzt kann ich ja hier Unterstützungsanlage... Nee, das geht leider immer noch nicht mit dem Ranger-Team hier. Geht leider immer noch nicht. Oh Gott, jetzt sterben sie mir alle. Die Strutis sterben jetzt auch alle. Oh nein, an Altersschwäche gestorben. Struti, Paul. Haben wir die Strutis schon auf 100%? Ja. Dann tun wir noch Genommodifizierung machen. Da sind wir schon bei langlebig auf 100%. Fit sind sie auch. Was haben wir hier? Tolerant sind sie sowieso. Nö, da müssen wir gar nichts machen bei denen. So, und da brauchen wir jetzt hier... Müssen wieder die Strutis ausgebuddelt werden. So, wie viele seid ihr denn? Zwei ist zu wenig. Ich glaube, vier, ne? Vier müsst ihr sein. Eins... Struti, zwei, minimal drei. Ja, dann brauche ich zwei. Bitte. Zwei Eier müssen wir auswählen. Können aber auch drei, ne? Und je krasser die Dinos, umso mehr Wissenschaftler muss ich halt auch einsetzen für die, ne? Wie alt ist denn dein Park schon? Dass die jetzt schon alle in Altersschwäche sterben? Ja, das waren halt die allerallerersten Dinos. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht. Bei Parkbewertung, wie viele Tage wir da schon am Start sind? Nee, ne? Gäste, Ticket, Anziehungskraft. Kannste leider nicht herausfinden, wie lange, wie viele In-Game-Tage wir schon am Stissel sind, ne? Ach, warte mal, was waren das jetzt? Durchsuche aktuelle Missionsziele. Ja gut, das ist das. Aber ich kann keine weiteren Ziele aus mir aussuchen. Ah ja, gut, dann ist es so. So, hier wird ausgebrütet. Fossilien ist klar. Und hier müssen wir wieder ausbuddeln. Pflanzt Mandinos. Gibt der Chefin keine Haustiere. Ach ja. Saura kann freigelassen werden. Okay, perfekt. So, dann auch per Airlift. Produkt wird eingesammelt. Produkt muss eingesammelt werden. So. Von wegen Altersschwäche, die wurden nicht gefüttert. Ja, kann das sein, das war auch meine Frage mal gewesen. Kann das eigentlich sein, weil die, die Strutis, fehlende gemahlene Nutz, guck, dass sie das weggefressen haben und muss es wieder nachdingsbumsen. Wo sind denn die anderen? Das sind die, das sind die Strutis, der ist, dem ist noch langweilig. Gemahlenes Blatt, ja guck. Dem fehlt auch gemahlenes Blatt, dass sie das vielleicht weggegessen haben. Weißt du was, Schwein? Gemahlenes Blatt. Produkt unterwegs. Zustellung abgeschossen. Hallo André, einen schönen Dienstag wünsche ich dir auch, Hallöchen. So, das ist jetzt ein Paul. Ein Paul haben wir jetzt wieder. Mach ein paar Silikonfäden dran, du kannst immer ein bisschen dran ruckeln, dann sieht das echt aus. Okay, wie wollen wir den nennen? Hat jemand Bock ein Struti zu sein? Juhu. Ach, genau, das ist der Frank. Der Frank ist auch ein Struti. Und damit Hallöchen, Frank, Prost, Jens, Mats und André. Und Baldraum, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. So, und dieser Struti heißt... Geil! Wille, Prost! Struti-Liebe. Ach so, okay, okay, sehr schön. Wenn demnächst was kommt, ich bin's nicht. Alles klar! Oh, meine Parkbewertung hat sich verschlechtert. Das ist aber schlecht. Das ist aber schlecht. Ralf! Ralf! Wer ist denn Ralf, André? Aber Ralf gefällt mir. Ralf! Ralf gefällt mir gut. So! Ey, wir müssen uns um diese Ecke kümmern jetzt ganz schnell, ne? Warte, warte. Müssen wir mal was ausschreiben. So. Okay. Abendkleidung. Ja, halli, hallo, Matt, Atze! Hallöchen! Kurz vor Ende der Mittagspause noch schnell mal liebe Grüße da lassen. Liebe Grüße zurück, Atze! Und endlich dann auch bald Feierabend, oder? Na wohl, wenn jetzt erst Mittagspause ist, dann dauert's noch einen Moment, ne? Alles klar, Anja? Danke für den Lörg! Oh, das wird ein größerer Sturm. Oh, das wird ein größerer Sturm. Oh, das wird ein größerer Sturm, Leute. Das wird ein bisschen rausgefunden. Juhu! Juhu! Jakob, Servus! Vielen Dank für dein Voll- und herzlich Willkommen! ich brauche mehr ranger warum funktioniert das nicht dass ich noch mehr ranger ansetzen kann ja alles klar nämlich im chat im chat guckt man das sowieso nicht drauf alles gut alles gut genau ja also die einzige möglichkeit die ich jetzt habe ist eine ranger station zu bauen ich weiß sonst nicht was ich was ich da noch sonst zu machen könnte oder sturm geht aber lange verletzung was ist hier mit niedrige gesundheit was hat er denn tja du kommst ja aber nicht raus unbequem ja der regen hört doch jetzt auf doch alles in ordnung ist doch alles prima so jetzt gucken wir mal nach dem ne das ist du bist es nicht wo ist er denn der da oh der liegt so da der hat eine gehirnerschütterung oh der hat eine gehirnerschütterung der arme kleiner gleich nochmal wenn er jetzt mit der spritze getroffen wird also wie gesagt ich würde ja gerne eine ranger station bauen ähm weil ich nicht weiß wie ich noch mehr ranger dazu holen kann anders jetzt habe ich sogar schon diese aufwertung gemacht für die für die unterstützungsanlage aber das reicht anscheinend immer noch nicht so der muss operiert werden operiert vor allem ja dann machen wir doch euch zwei so sehr gut Raka du wolltest mir doch auch noch was schicken was die nächsten updates wie die geplant sind soll ich mir das größere bett gönnen kurs aus bett ist gut ach hier ist es noch mal zwei millionen noch mal zwei millionen so drei so hier funktioniert alles und hier stimmt was nicht benötigt status prüfung so weit sind sie noch nicht so jetzt gucken wir aber noch mal ganz kurz ob sie hier auch wirklich alles repariert haben das sieht sehr gut aus perfekt dann können sich die ranger um ihre ganz normale arbeit kümmern und wir können uns hier um die ecke um die ecke kümmern also hier ist ja noch gar nichts am stüssel so jetzt gucken wir hier nach hier ist kaffee am start kaffee blatttee eislashes ingwerbier ist noch besser und das ergibt jetzt wieder alles minus oder was fotokabine gewinn das ist aber nicht viel gewinn ne jetzt gehen wir wieder ins minus oh das ist eine not vielleicht sollte ich die innenmodule einfach mal leer lassen und mich nur hier drauf konzentrieren das ist aber auch als am wechseln da kann man weiß weiß ich nicht manchmal so manchmal so ne der dinos eingepflanzt werden ich habe immer gesagt hör auf die dinos am schwanz zu packen immer hin und her zu schlagen behandlung abgeschlossen das sind jetzt alles die da ne ne dann müssen wir nochmal neu ausgraben auspflanzen müssen wir die dinos nochmal neu auspflanzen so das ist alles 100% das ist ja voll geil ne können wir jetzt hier eigentlich mit neuen dinos anfangen ich bin gerade im überlegen lieber ein paar ach man sieht halt hier auch die dinos nicht ne du weißt halt auch nicht wie die heißen apato ja dann machen wir einmal hier den oder auch den ach 100.000 das ist halt heftig ne was haben wir hier noch drüben das sind alles fleischfresser haben wir ja gesagt ne mal junger das ist doch auch so ein aggro Karl-Heinz ne ja den können wir noch machen 5 da machen wir sie und einer muss noch in pause gehen so alles klar das spiel ist echt interessant ja total André total du musst halt looki looki machen die ganze Zeit ne und all die moin hallöchen na mal prost in die Runde schmeißen klong angeblich gegen den Schrank gelaufen ist klar nein ich meine racker du hast es gestern sag ich ja du hast es gestern in den chat geschrieben dass du mir was sagen wolltest was alles im update vorkommt das meine ich ja wieso ist der Stängi verhungert hä wa seid ihr jetzt so doof zu fressen oder was hä das ist jetzt nicht dein ernst oder tut mir leid ich check das nicht ich check's nicht ich check's nicht ich versteh's nicht da geht nicht mehr tolerant geht auch nicht mehr ich check's nicht ich versteh nicht warum die sterben warum die verhungern die haben doch Essen ich versteh's nicht vielleicht wollen sie was anderes haben ich keine Ahnung ich komm nicht drauf guck dir das an der eine isst den anderen oder was Alexander oh sonnige Grüße ui wir haben minus 2 Grad vorhin gehabt wo ich angefangen habe Alexander zu streamen minus 2 Grad das ist ja geil schick mal ein paar Sonnenstrahlen rüber und schön dass du da bist und Alexander Kate Frank all dir und Frank Frank hat den Song gezogen Prost was Knoblauchtabletten sollen im Alter bei Verwirrtheit helfen nee nicht bei mir Racker hast du zu wenig Jurassic Park geschaut Hallo Jakob auch im Chat Alter ist es so gut wie der erste Teil anders gut all dir würde ich sagen Hallo Square Games servus herzlich willkommen ja ich knausere immer rum weil es kann sehr schnell auch alle gehen das Geld weißt du deswegen knausere ich immer ja tja Stengi ist gestorben Leute wir brauchen einen neuen Stengi der macht uns ganz schön Sorgen Bedrohung Bedrohung ja dann nehme ich nur den ich will doch keinen Dino haben der der die Leute bedroht oder da müsste ich ja bekloppt sein wieso geht denn das nicht achso das reicht nicht wieso ich brauche doch 5 hä ich bin verwirrt die Raptoren wollen jagen ja ja die haben hier eine Lebensfutterstation guck aber ich verstehe nicht warum sie vielleicht müsste ich zwei Lebensfutterstationen machen noch eine dazu ist ja eigentlich egal wohin weil ich kann es nicht nachvollziehen irgendwie und Teufelsraptor herzlich willkommen Hallöchen geil oder so das ist der Stengi wieder der ist schon übrigens zum dritten Mal schon gestorben ah guck mal hier da haben sie gerade gejagt hätte gut gemacht achso du meinst der ist stecken geblieben irgendwie das kann auch sehr gut sein dann haben wir aber ziemlich viele Bugs schon gehabt in dem zweiten Teil eigentlich haben sie genug zu futtern Tramp wegen dem Tor das ist ein bekannter Bug oder was Square Games ich habe Stengi auf dem Gewissen ja Vielen Dank.